Heute ist Seetag. Und ja, die Wellen sind eigentlich zur Abwechslung mal relativ hoch. Also das nenne ich hohe Wellen. Die sind normalerweise total flach. Und wir haben auch so ein bisschen Wellengang. Also das Schiff wackelt die ganze Zeit so ein bisschen. Ja, wir sind gerade vor dem Frühstück wieder da. Und ja, jetzt steht erstmal gar nichts an. Aber gegen 16 Uhr mache ich bei so einem Escape Room mit. Das ist so ein Raum, da muss man dann Rätsel lösen, um da wieder raus zu kommen. Voll cool. Guten Morgen. Wir sind jetzt Richtung Stavanger schon. Und so sieht das hier so aus. Da sind überall so kleine Inseln oder so. Ja, auf jeden Fall liegen wir um 8 Uhr an. Und ja. So, wir sind jetzt in Stavanger angekommen. Es ist zwar noch nicht 8, aber wir sind wohl ein bisschen zu früh. Wir waren gerade frühstücken. Und heute geht es auf eine Bootstour. Einmal so durch den Fjord. Und dann gibt es dann noch Waffeln. Und dann gucken wir uns noch die Stadt an. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Gestern habe ich überhaupt nichts gefilmt, weil das war halt Seetag. Und da passiert halt echt gar nichts. Man macht halt, reicht mal ein bisschen Sport. Und sonst geht man halt essen. Aber sonst macht man halt nichts. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020